Hallo meine Lieben, willkommen zu einem weiteren Wünscht dir das Rezept. Heute machen wir Baklava mit Kirschen. Es gibt ja zig verschiedene Macharten von Baklava. Das ist eine davon. Ich glaube zu wissen, ich glaube zu wissen, die richtige Baklava ist mit Pistazien gefüllt. Also bei uns im Jugoland macht man es mit Walnüssen, da ja die Pistazien doch etwas teurer sind. Bevor wir beginnen, ich wurde des öfteren gefragt, woher ich meine Musik habe. Ich werde euch unten in der Infobox eine Seite verlinken, da könnt ihr euch durchstöbern und auch natürlich an meine YouTube Kollegen, falls jemand Musik sucht, da könnt ihr welche kaufen und hört einfach mal rein. Also ich bin sehr zufrieden. Okay, wir starten. Für unser Baklava brauchen wir einmal Jufka-Teig. Den habe ich jetzt vom türkischen Händler. Wer keinen in der Nähe hat, verlinke ich euch unten eine Seite, wo ihr eventuell welches bestellen könnt. Dann haben wir Kirschen, Backpulver, Vanillezucker, etwas Zimt, Walnüsse, Joghurt, Öl, Eier und Zucker. Und für das Sirup, für den Sirup, Wasser und Zucker schon vermischt. Das war's. Fangen wir an. So meine Hübschen, als erstes werden wir uns jetzt mal das Ei mit dem Zucker schön weiß cremig schlagen. Und dann geben wir das Öl, den Joghurt noch dazu. Und als letztes kommt das Backpulver noch rein. So, als nächstes nehmen wir uns jetzt mal ein Blatt von der Jufka. Darauf geben wir etwas von diesem Ei-Gemisch. Also schön verstreichen. Und dann nehmen wir ein weiteres Blatt und geben das auf das erste drauf. Und wieder die Ei-Masse drüber. Alles nochmal schön verstreichen. Nun denn, gehen wir jetzt noch den Zimt zu den Kirschen. Einmal kurz umrühren. So. Dann nehmen wir uns ein paar Nüsse. Streuen diese drüber. Also ihr könnt auch wahlweise Pistazien oder Haselnüsse nehmen. Schmeckt auch sehr gut. So, jetzt schneiden wir uns einige Streifen. Müssten sich sieben Stück ungefähr ausgehen. So, und dann nehmen wir uns einfach auf jeden Streifen so drei, vier Kirschen drauf geben. Also am Ende oder am Anfang. Und dann das Ganze einfach in so kleine Dreiecke rollen. Einmal drüber. Zack, 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 zack. So, das machen wir jetzt mit dem ganzen Teig, bis das alles aufgebraucht ist. Also immer zwei Blätter nehmen. Wer sich diese Art von Backlava machen, ich glaube das ist eine griechische Art, er sparen möchte, der könnte es jetzt einfach in so ein Blech einfach mal alles schön anreihen und dann einfach, wenn es gebacken ist, schneiden. Da braucht ihr euch nicht diese Arbeit machen. Aber ich finde es optisch sehr schön, weil man die einfach so rausnehmen kann und so häppchenweise in den Mund. Genau, ähm, ich nehme jetzt meine schöne Tepsia und reihe die mir, also lege die mir da an. Müsst ihr jetzt nicht nehmen, ihr könnt irgendein Blech nehmen. Also hauptsache etwas, etwas größer. So, meine Hübschen, fertig gedreht sind sie. Also ich musste sie jetzt doch ganz schön zampressen. Presswurst-Alarm. Ähm, ihr habt dann immer, also insgesamt braucht ihr ja immer zwei Blätter. Und wenn ihr jedes Mal einen Löffel, eineinhalb Löffeln von dieser Eiweißmischung nehmt, da kommt ihr gut hin. Genauso ist es auch mit den Nüssen, immer eine Hand voll und drüber streuen. Mit den Kirschen auf jeden Streifen, äh, zwei Stück. Dann kommt ihr ganz gut hin mit dem ganzen Teig. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Weil man kann es halt immer so schwer abschätzen, ne. Wie viel brauche ich? Bleibt was über? Bleibt nichts über? Weiß man nicht. Okay. Äh, jetzt kommt das Ganze auf 180 Grad in den vorgeheizten Ofen. Das könnt ihr machen, während ihr die Dinger dreht. Äh, für circa 35 bis 40 Minuten. Also es kommt halt drauf an, äh, wie gut euer Ofen ist oder wie schlecht. Jo, und dann sehen wir uns wieder. So, während unsere kleinen Teile im Ofen sind, machen wir uns jetzt mal den, äh, Sirup. Dazu geben wir, äh, Wasser mit Zucker, Vanillezucker in den Topf. Und lassen das Ganze so auf mittlerer Hitze für circa 15 Minuten kochen. Nehmen es von der Kochstelle und stellt es irgendwo ab, wo es halt nicht stört. Und dann, wenn das Ganze gebacken ist, machen wir weiter. Also, Baklava ist fast fertig. Äh, so heiß wie sie sind, kommt jetzt der Sirup drüber. Und das Ganze könnt ihr jetzt mit Alufolie oder, ja, abdecken. Und irgendwo an einem stillen Örtchen vor sich hinruhen lassen. Also der soll sich schön vor, äh, voll saugen. Es dauert sicher so um die vier Stunden, vier, fünf Stunden. Garantiert. Okay, meine Hübschen, ähm, ich wollte noch ganz kurz Danke an euch sagen, für die liebe, für die lieben Kommentare, für eure Treue. Und dass ihr mich so gut aufgefasst habt, all die Zeit, ja, wollte ich mal Danke sagen. Äh, wir sehen uns nächsten Sonntag. Wenn es wieder heißt, Annie is on Start. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und eine Daumen hoch, bitte, wenn das Video gefallen hat. Und einen ganz fetten Annie Kuss an euch. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020